pew 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 ladies and gentlemen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge golfers your friends und zwar mit dabei blind spectator wieder und wir wollen mal gucken wer hier die besseren schläge diesmal hinlegen letzte folge habt ihr gesehen hat er gut rausgerissen den scheiß ich habe ziemlich viel unglück gehabt finde ich aber das will ich jetzt mal zweite stufe stellen so jetzt warten wir mal eben hier bis sich die raumstation öffnet weil ich ansonsten nicht schlagen möchte das ist ziemlich weit da könnten wir mal eben drauf benutzen oder ja doch kommen ohnehin ohne hat doch schon einen schlagvorteil ja das heißt gar nichts das wissen wir bereits wohin da bitte was soll das funktionieren gravitation was passieren dafür dinge da passiert was ich würde ganz gerne genau mein fall ein bisschen besser sehen können damit hatte ich nur genau nicht sehen eine volle aufnahme vom ball mir ich auch nicht gravitation plötzlich dachte man schwebt da eventuell oder sowas aber okay da gucke ich mir erstmal an wo die röhren hingehen du aha da wollen wir ja nicht wollen wir ja nicht den nachteil direkt haben könnte man sich überlegen ob man bei weiteren spielen das nachgucken auslässt jetzt gerade haben wir es halt noch drin ich will noch nicht schlagen kann ich das irgendwie ab und ich kann nicht abbrechen oder doch du kannst du das ganz zurück ziehe ich wieder okay das wusste ich nicht das ist natürlich auch entsprechend so ausgegangen so könnte das aber der kommt gut nein verkehrt ich hätte auch ein paar haben könnte ich habe am ende zu schwach geschlagen das ist natürlich auch immer böse was also was hatten wir ja schon mal nur ohne stampfer ohne stampfer genau nämlich da wieder da hat es auf jeden fall ach du fucking macaroni fast danke ja ich lieb es mit ja mach nichts ich krieg da auch hier zum birdie das erste mal hat mich der stamm verwischt da wird man in stelle hat er nicht stark zurück ok was ist das denn mit über wasser und dann okay das müssen wir klug machen wie machen wir es klug wieso so ein bisschen vielleicht ein bisschen power nehmen bin mir nicht sicher so könnte noch steht sie an wer da ist so ein bisschen nur und er kommt gut der kommt gut ja wörter alter legt mich doch sechs da bauen wir unsere führung aus so gott was ist man hat den vorbei ziehen deinen ball ins zentrum versuche sie als gravitationsschleuder zu nutzen geht ziehen sich ins zentrum gravitationsschleuder also einfach in die mitte ordentlich knülzen oder machen wir so so gut ok dass das habe ich jetzt nicht verstanden ist ist ein bisschen wenn der wo man hingeschleudert wird dass das habe ich anders gedacht naja ziehen einen in die mitte aber ich habe so gedacht wenn ich direkt darauf zu fahre dann wird das schon werden so da machen wir mal ein bisschen mehr so so könnte gut sein hätte ich gewusst ja auch ich würde ich nicht noch mal ein zieht dann naja ja also hier die die potenzialen sage ich jetzt mal die sind irgendwie noch überhaupt nicht einzuschätzen wir müssen auch sagen ich bin zum ersten mal also der blind spectator spielt das blind ich aber auch was ok jetzt sind wir hier in einer art factory ja einfach dem weg folgen ist die gute alte factory 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 will ich machen ja bleibt am rand liegen ist mir egal ist mir egal oh no easy so jetzt müssen wir da auch noch rum das war zu schwach aber da ist ja ein laufband so wie es aussieht wenn wir mal eben so rüber knülzen und das ist kein laufband das ist schon laufband läuft noch nicht ja das ist halt ein abgeschaltetes laufband was niemandem was bringt also entsteh band oh gott ich bin zermatscht worden auch ein bisschen mehr power mehr power mehr power geil und die noch nein da kommen die nächsten nicht ja das haben wir schon wieder ein paar rausgeholt für ihn da ist eine blow maschinen zwei blumen so was kann ich für zu hause gebrauchen die blowjob stations macht's gut ich dachte der winter ist stärker und das sehr schön gut in dem auffang becken angekommen da können wir ein bisschen bleibt so mal stehen dankeschön ein bisschen power so ja das guter winkel gewesen das müssen wir da vorne nur rein zwischen ich glaube das machen wir mit voller pulle wir müssen auf jeden fall noch mal schlagen easy paar das können wir uns das von hier oben noch mal ein ganz kurz angucken für ein paar sekunden oder dort und da fliegt sehr schön geht da auch in die röhre super mario 3d world zeigen glasröhren das passt auf jeden fall und da müssen wir rein und darunter ist ob gott und das verteiler ja sehr schön das gefällt mir schon mal wir machen wir das am besten so doch in die mitte wäre gut gewesen oder nicht sicher ich bin durch die mitte ja 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 schon los jetzt danke da ist das loch kriegen wir das hin über bande so ein bisschen könnte das falsch angespielt die bande gleich bestraft wurden nur noch ein paar geworden immer noch eins besser als ich zehn punkte unterschied ja mit dir messen wir uns ja nicht so wo geht es hier lang mit fahrstuhl also oben der denkt sich denn so ein shit aus volle poli tschüss oh moin halt an halt an halt an so vielleicht zu wenig während denn so was so ein bisschen dollar fahrstuhl danke schön jetzt müssen wir nur daran vorbeikommen das werden wir aber glaube ich so nicht hinkriegen wir machen einfach von poli drauf knüpfen oder fast ins loch das war ja gut aus und weiter roll weiter weiter nicht verhungert nein wo bist du bist wie unten angekommen das loch hat mich das schwarze loch hat mich hier runter geschmissen sozusagen das ärgerlich was zum also die schleudern die eventuell noch runter genau das hatte ich ja das versuche ich ja weil es geht mit mit kraft am rand vorbei ist besser und er sah auch ziemlich gut aus kurz vor noch sehr schön naja ist aber auch keine leichte märkert keine leichte märkert muss ich sagen hat soll es reingehen und das sind einfach nur bitten oder was machen wir doch mal so so ganz lockern schlag so genau oh nein das war dumm ja ich dachte auch locker damit man dann stehen bleibt ich voll klar sagen als wenn ich von da schlagen soll als wenn ich da nicht reingekommen bin was ist denn das so dann machen wir jetzt mal power hier mehr power oh gott ja und jetzt was machst du bald bleibt ja unfassbar dann hier jetzt bam ich verkackst kann man einen anderen weg ne kann man nicht so also nicht von pulle sondern lieber so winkel muss auch noch stimmen von dem scheiß drecks teil ey so vielleicht nö natürlich nicht ja gleich landen wir wieder am ende man das ist ja unfassbar also nehmen wir damit wenn es runter fährt oder was ist glaube ich besser oder wenn es wieder hoch fährt da kommt ja nur bescheiße bei draußen wir feststellen durften ich höre ich gar nicht mehr sagst du nichts mehr ich bin noch da okay dann bist du gerade irgendwie nicht mehr im discord oder so hallo gleich immer mal eben an die verbindungsfehler die wir gerade haben im spiel ist er doch noch erste mich geschafft erste mich so und jetzt einfach mal volle pulle oder was keine zeit test test so ich glaube ich muss mal ganz kurz raus tappen leute sagen wir nicht böse drum mal kurz im discord schauen was da los ist ja hörst du mich hörst du mich jetzt ja ja hast du die ganze zeit nichts gesagt was auch ich habe was gesagt du hattest die verbindungsprobleme weil ich bin währenddessen auch neu gejoint aber ja ich habe es jetzt aber wir nehmen den mit walter wo fliegen und ich hatte die zeitüberschreitung gerade eben das war ja richtig ärgerlich so kommen die schwarze loch warum sind wir eigentlich in der eingangs lobby vom voice weil wir nicht weggejoint sind das ist natürlich unklug ich kümmer mich mal kurz drum auch wenn man ja auch wenn meine zeit dabei drauf geht ganz kleiner umblick warte ich bin schon fertig lassen wir machen so ok zu spät ich wollte gerade schon machen ich mache jetzt mal was anderes wir machen einfach mal den hier klappen können ich verkackst jetzt gerade auf ganzer linie hier alles was ich mir raus gespielt habe wofür ich gekämpft habe ja so geil war eins jetzt auch nicht na ich will es ja auch unbedingt mit dem ersten schlag darüber schaffen unfassbar so jetzt gehen wir einfach mal hierhin 30 sekunden doch das wird ja gar nichts werden mich auch nicht scheiß position in der du gerade bist da ja so gut gerettet auf jeden fall fackelt wo müssen wir denn noch ganz hin voller gar und nein kommt schon zehn sekunden schwein ja das land und so vor allem nicht fackelt echt verkackt in dieser map wieder ja gegeben würde ich sagen ja noch ist nichts entschieden zweimal 14 und ich bin nur 5 plus ja selbst mir auch noch rein ich bin verwundert gewesen das war nicht um dich zu ärgern oder so ok da gehen wir jetzt mal eben so rüber das sieht gut aus schön in der mitte des blattes liegen bleiben wäre mir lieber gewesen aber das geht muss stehen benutzen wir als rampe oder machen wir doch immer mal so ne oh gott oh no das war zu doll gewesen der vielleicht so ein wenig ja nee blöd ganz blöd gerade jetzt habe ich wieder so eine scheiß position hier was soll das denn hier was krieg dich danke bitte das hat er mich jetzt keinen schlag gekostet ich habe noch ein paar schläge aber dafür wurde ich eine scheiß position ist oh gott oh gott nein du dummer bleibt da liegen das steht kann ich nichts mit anfangen bleibt da nicht liegen so dann ja kommt wie man hat so ganz easy jawoll und bitte ordentlich dankeschön so wo ist das ziel da neun so jesus ja ich höre neun scheiße gleich auf einfach nur gleich aufgezogen aber besser als mehr so und so viele schwarze löcher und da hinten soll man hoch alles klar movie tschüss ich habe nicht mal gekostet ich habe einfach geschlagen what the fuck wo landen wir denn hier so das könnten wir eigentlich so packen nehmen wir hier so hoch jawohl sehr schön durch die kisten durch bisschen so hoch sonst wieder nichts aber ist nicht so schlimm können wir den winkel hier einfach so mitnehmen so vielleicht nein das war blöde nein das geht ein schlag unfassbar ich verkackt gerade hier war ich echt so ein mini schlag noch gemacht habe auch mal sieben schläge für you ja ich bin noch nicht drin für you aber ja aber auch mit sieben los verkackt ist verkackt ist verkackt ist verkehrt wir haben nichts gesagt drei löcher habe ich noch um das ganze um zu drehen so was bis dahin nehmen okay wow gravity power was du hast auch volle poli gegeben ja ja wie kannst du nicht was so vielleicht und dann bleibt man unten ich habe die rampen nicht gesehen und jetzt auch schlag technisch verkackt holy moly da muss ich jetzt auch noch ja so ist es wenn man die schläge die schläge verkackt mittig werden so ungefähr was da kommen wo gehe ich immer hin als ob ich das jetzt hier verkackt ok treibt mich wasser ist der falsche weg oder sollen dort kann springen mit linker maus das springt ja keine ahnung jetzt genau so schön ob verkehrt 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 das kann ich mir nicht erlauben mittlere wäre nicht schlecht der andere führt mit einer reise der andere fühlt ins verderben habe ich gesagt damit er hat der mittlere wäre nicht schlecht gerade im überlegen so war das nicht doch der äußere ja wer auch genau der äußere ja der spring ich habe es jedoch gesagt ja ich wusste aber nicht in welcher form das relevant sein soll mittlere maus ok so nehmen wir den ganzen schwung mit job und jetzt schön gucken schön gucken schön gucken als ob keine zeit der mittlere spitze sehr schön weiß medication das nimmt einen mit wo bin ich denn jetzt hier interessantes gerät hier wenn man das sehen würde man muss es ich muss es ja auch verkacken nein 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 es ist crazy jetzt die witzig verarschen spiel dann liege ich einfach mal auf boden rum oder was ja ist auch crazy vor allem keine ahnung hat wo man jetzt sehen muss also muss ich jetzt irgendwie dorthin kommen oder was solchen das bitteschön machen also einfach so oder was okay und dann hier runter mit acht ja so wenig werde ich nicht brauchen das wird bei mir mehr werden das ist hier aber auch ein system ja scheiße power wir brauchen mehr power hat gepasst er hat er nicht hart genug ja neun sekunden noch an die neun sich das erste so jetzt aber sehr schön zehn schläge facet also was von verkackt die klinik raus im letzten spiel der kann 14 schläge kriegen also gg das ist auf jeden fall ein easy win für dich ja dankeschön das toll gemacht spiel sagt mich raus ins weltall mach mich zu zu materialien so das ist halt auch gut ich denke das sind so saugröhren sozusagen sind sie aber würdest du bitte gehen oh holy moly das war dumm ja da können wir glaube ich nicht mehr viel daraus machen wir wollen aber trotzdem unser bestes geben damit wir irgendwie zum ende hin trotzdem noch was packen sollten wir vielleicht mal irgendwie gucken wo dahin ist das ziel klar natürlich weiß also immer so das ist gut kann man nutzen tatsächlich vorschlagen jetzt auch genau dankeschön black hole wo ist das ziel auch ganz hinten noch ja so jetzt warte ich eben auf die rampe ok auch steht viel zu weit ja und das im black hole da willst du willst du nicht zu wenig schlagen alles andere ist zu weit oder nein 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 fahr hoch nehme ich mit äh fuck it so jetzt lasst du noch mal oh gott ich muss könnte er auf den 14 rauslaufen was warum bin ich plötzlich stehen geblieben ja ja ich hab die weg gehauen bei mir sei das anders aus keine schläge übrig äh geh weg geh weg ich bleib da jetzt ich kann da nicht weg ich wohne da jetzt ja auch keine schläge übrig zeit vertan schade bis hart ja 117 zu 100 da habe ich glatt verloren wenn auch ihr das scheiße findet immer schön daumen nach unten geben nein quatsch vielen vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal bei goldfüße friends haut rein ciao oh ich habe ich gar nicht reinkommen sehen aber wie wäre es wenn ihr euch das nächste video anschaut oder da und abonniert und liked noch mal